Kennen Sie das? Ihr Kunde versteht das Produkt nicht. Ihre Mitarbeiter verstehen den Prozess nicht. Und Ihre Agentur versteht das Briefing erst recht nicht. Das passiert nicht nur Ihnen, sondern es passiert täglich. Weltweit. Der Grund? Die Komplexität unserer Fachthemen nimmt rasant zu. In den 90ern fanden alle die E-Mail kompliziert. Heute muss man die Blockchain verstehen. Wir von WerWiWas kennen diese Herausforderung. Aus über 1000 Erklärprojekten haben wir gelernt, Begeisterung in jedes noch so komplexe Thema zu bringen. Und das macht uns zu Experten in Sachen Kommunikation. Aber in all diesen Projekten haben wir vor allem eines gelernt. Unsere Kunden bleiben immer die Experten in ihrem Fach. Es ist die Kombination des Know-hows aus beiden Welten, die den Kommunikationserfolg maßgeblich bestimmt. Aus diesem Grund haben wir Unleash entwickelt. Ein kooperativer Consulting-Prozess, der es Ihnen ermöglicht, Ihr eigenes Potenzial zur Kommunikation komplexer Themen zu entfalten. Es geht darum, die Begeisterung an Ihrem eigenen Thema zu entdecken. Und diese mit authentischem Content auch an Ihre Kunden, Mitarbeiter, Vorgesetzte und Agenturen weiterzutragen. Das WerWiWas-Team begleitet Sie dabei mit seinem Know-how. Im ersten Schritt, dem Setup, besprechen wir mit Ihnen auf Basis Ihrer Herausforderungen und Ziele, wie WerWiWas genau helfen kann. Gemeinsam entwickeln wir dann ein maßgeschneidertes Programm für den zweiten Schritt. Die Enabling-Phase. Im Rahmen von Workshops wird für den Wissenstransfer zwischen WerWiWas-Erklärprofis und Ihrem Team gesorgt. Challenges helfen dabei, die erarbeiteten Inhalte unternehmensintern zu evaluieren. Hier kommen Ihre Vorgesetzten und Kolleginnen zu Wort, damit am Ende des Tages alle ins Boot geholt werden. In der Launch-Phase geht's ins Doing. Hier entstehen dann all die schönen Dinge wie Erklärvideos, professionelle Grafiken oder ganze Kommunikationskampagnen. Gemeinsam mit WerWiWas oder Sie produzieren Inhouse. Im letzten Schritt, der Review-Phase, wird der Prozess rückblickend bewertet und, wenn nötig, noch an den richtigen Schrauben gedreht. Während aller Phasen bleiben Sie der Experte. Wir von WerWiWas geben Ihnen dazu die passenden Kommunikationsmittel in die Hand, um Ideen zu entfesseln. Also, worauf warten Sie noch? Unleash your Teams. Unleash your Ideas. Unleash mit WerWiWas.